Musik Vor nicht allzu langer Zeit im mysteriösen Freistaat Bayern Marco Risch hat einen neuen YouTube-Kanal Marco hat einen neuen YouTube-Kanal? Oh ja Aber nicht mit News, nicht mit Game-News Nee, nicht wirklich Doch nicht etwa Anime? Nur wenn's passt, aber eher nicht Und was ist mit Let's Plays oder hatest du irgendwas? Let's Plays? Nein Und haten nur, wenn's angebracht ist Aber nerdig wird's Ich will einen Kanal über all das, was uns als Nerds abstempelt Über Filme, Comic-Filme, Genre-Filme, Star-Wars-Filme und Star Trek natürlich Eigentlich alles, was irgendwie ein Star davorstehen hat Und Serien Gott, ich liebe Serien Aber nein, im Prinzip nichts, was mit euch zu tun hat Was aber nicht heißt, dass ich euch nicht trotzdem mal vor die Kamera zerren werde Und heißen wird das Ganze Nerd-Kultur Weil ich es mit dem Anspruch behandeln möchte, den es tatsächlich verdient hat Und Interviews wird's natürlich auch geben Wisst ihr noch, das streng geheimen Interview, über das ich noch nicht reden darf? Das mit Mach weiter einen neuen YouTube-Kanal! Red бесẹt! Auaaiiii! Auaaiiii!! Speaker 2 Auaaiiii!!! Vielen Dank.